Hallo, wie geht es dir? Wie geht es schlecht? Was ist denn los mit dir? Vergangenheit. Ich kann nicht mehr atmen, mir fällt es schwer. Ich will mich verraten, gar nicht fair. Gar nicht fair, gar nicht fair. Ich bin hier unten, sie sehen mich nicht. Mir tun die Hände weh, als hätte ich geicht. Ich will keinen Halt, kein Zuversicht. Blüten schweiß, fällt vom Gesicht. Warum bin ich hier? Was ist der Grund? Liege in den Dreck, wie ein Hund. Soll ich kämpfen, hab schon verloren. Meine Seele ist der Grund. Was ist der Grund? 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 Was ist der Grund, eine идет Arbeit zu haben? Halsidond. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020